Digimon All-Star Rumble Der Stuhl ist kaputt Keine Ahnung Herzlich Willkommen zum Let's Play, oder? Ja, damit herzlich Willkommen Leute Ich bin SteamGloch und der ist nämlich das neben mir ist Silocropolis Und der ist nämlich zu heute Ein kleines neues Let's Play oder Let's Rumble oder Let's Smash Ich schrappe die ganze Zeit mit Digimon All-Star-Rumble-Arena Ja, dann starten wir So Ja Wir sind ja eingespielte Digimon-Arena Eigentlich spielt Wir haben bestimmt seit 5 Jahren Digimon nicht mehr gespielt Also Arena Was ist das eigentlich allgemein? Das Ding heißt Digimon All-Star-Rumble Digimon All-Star-Rumble Hat nichts mit Arena zu tun Aber es gibt Digimon-Karten Ja, es gibt Digimon-Karten Wollen wir es doch versuchen Das steht da zu zweit Es steht zu zweit Ja, theoretisch müsste man irgendein zweit machen können Kannst du ein A drücken? Ich kann A drücken, sonst passiert nichts Drück mal Start Habe ich schon, ich bin nicht dumm Habe ich schon, ich drück hier alles Was ist das? Das ist doch Ullumon und Digimon-X-Stores-Stores Das kenn ich nicht mal Ja, das ist aus dem neuesten Nach, nach, seit Argomon und Gorbomon gibt es keine Digimon mehr von mich Ey komm, Gelmon ist auch noch cool Was anderes es gibt und Wehmon Kenn ich nicht, was ist das? Doch, wir haben noch Digimon Ich kenn mal Argomon Digimon wird viel gespielt, da kommen die mit vor Ich hab Argomon noch mal gespielt Stimmt, das ist immer Argomon Ich kenn nichts anderes als Argomon und Garbomon Es gibt aber auch noch Gumbamon und Gartamon Ich bin Argomon Ja, aber ich kann doch nicht mit reinkommen Ist das nicht? Ne, geh mal wieder raus Wir können ja jetzt mal schauen, Blaine Es ist... Äh... Kannst du jetzt vielleicht beitreten? Ich kann mit Rumble Es ist... Ne, es steht eigentlich ja da drauf Von hinten Grum und Modus 2 Guck, kannst du mich auf 10.000 HP Das ist doch geil Nicht, das ist sehr skurril Warum 10.000 HP Ey Neemon Das ist aus der 4, ich glaube Schulz Drück erstmal weiter Ich drück einfach mal eiskalt so unbewusend Immer sofort Das Spiel beginnt Man liest nichts vor Kannst du jetzt vielleicht beitreten? Ähm... Ne... Dann mach mal... Mach mal beenden Vielleicht bei Optionen irgendwie Was ich heute übersehen habe Es ist... Nicht, dass es eine Online-Union ist Guck mal, wird's so normal ist Ne, ich geb dir Derzeit krieg ich mal durch, ne? Gib mir mal den 1.000 HP Ist nicht... Was ich jetzt schon sagen Okay Das sieht man nämlich erkannt Ob Xbox Live so wie ich grün markiert ist Lass mich doch mal Nein! Ne, ich will Komm, immer auf Optionen Das ist immer erstmal eine gute Idee Optionen Ähm... Da steht Steuerung Ich spiel halt mit 2, na gut Das ist wahrscheinlich nur... Ja Das hab ich jetzt hier typisch Wo ist das da runter noch um... Zu B wie doch Das ist... Jetzt zu B Jetzt passt Ich hätte auch einfach Stammelerstellung Nein, das ist nicht zu einfach Das wäre viel zu einfach Ja So... Jetzt... Start, Speichern und zurück Ähm... So... Total irgendwo? Wie soll ich anfangen? Ja, ist vielleicht Das geht in Ordnung Dann mach mal Kampf Das sollte ja irgendwie gehen Das ist aber nur Rumble Ja, mach erstmal Ja... Das wurde an den Stattern gemalt Ey, das kann ich... Ist kein Problem Sehr schön Ähm... Nein, das ist lieber Das kann nur der erste MAAAN Scheiß erster Spieler Ähm... Ehm... 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 So typisch nur kein Plan hat Mach mal einfach zu flippen So... Wow, wir haben ja richtig viel Ja, natürlich Nehm ich gleich mal Schotten Okay Vielleicht nicht was anderes Ja, erstmal Rumble Wenn sie überhaupt irgendwas sehen Irgendwas zufällig Genau Ich kenn... Das... Das hat ne Axt Welches Team? Das hat ne Waffe in der Hand Das ist ein Mikrofon Der hat das halt ein Mikrofon in der Hand So, okay Also so kann man springen Das ist schon mal schön Das ist einfach Oh Scheiße, das ist ja wirklich Das ist ja wirklich Brawl für Arme Na gut, mach dich mal Flatten Oh Scheiße, das ist Flattenkampfstandard, ne? Das heißt, ich muss sie wahrscheinlich irgendwie wegnehmen Ich breg hier nicht mal los Ja, ja Na doch, du kannst angreifen Du musst die Klappe beschützen Weißt du was Das ist für mich total Das ist für mich total Krass Ey komm, erfreut dich an Regimon Du hast ein Mikrofon Ich kann mich daran nicht erfreuen Ich krieg dich einmal einen Angriff hin Ja, das ist ebenso jetzt dein Problem, ne? Nein, sowieso so wie in jedem Spiel damals So wie in jedem Spiel wohnt sich glatt noch, ne? Ja, naja Aua, fuck Ja, ich sag mal Irgendwie ist das schon sehr gay Dass dein, was auch immer Mikrofon, Digimon, dieser Abklatschkeile von Ich mach einfach 5 Maschen länger als mein Argonon ist Das ist eigentlich sehr ungemacht Das ist nicht schneller Ey, du hast Fanpap am Griff, was beschwerst du dich? Ja, wow Du musst dich jetzt natürlich noch treffen Was jetzt? Geil, das ist voll Was, ich hab mich jetzt selber getötet Nein, ich hab dich getötet Es gibt die Items Wir erscheinen da hinten, wenn das Ding voll ist Das glaub ich jetzt schon nicht Ja Wenn ich hier stehen bleibe, oder da drüben Müsst du jetzt eigentlich gleich das Items anschauen Ähm Aua Ja Das macht einfach keinen language Also fast gar nicht Au Ja doch Wenn du mich triffst, machst du mir schon lange als ich durchhabe Ich weiß nicht, was ich sagen Was? Wie hast du dich digitiert? Weiß ich! Ich hab irgendwas kaputt gesagt! Ich weiß nur, ich bin ein Walkrainer jetzt Scheiße Warte, warte Au Irgendwas bliegt da unten, das seh ich Warte, echt? Okay, zählt auch nicht allzu lange an Das ist eine Digitation, das ist wie ein Rumble Da bist du auch nicht fünf Jahre lang Ja, alles ist gut Warte, warte, es geht so irgendwie Ja, ich bin sehr schnell Was bist denn du für ein Ding? Bist du ein Alien oder was? Also du hast Pokémon im Stuhlstuhl Also ich kann mir ja auch da Wow, natürlich Ist ja nicht nur Powerp oder so Ich meine, das Argument ist der Urgestein der Mega-Digitation und dann kommt er um uns in der A gelaufen, das Mikrofon ging und sagt Hey, ich bin schneller und cooler als du. Das ist ja total... Ich hab' dich lang gelaufen sein. Das ist ja, weiß nicht. Ey, warum bist du vor mir? Ich hab' mich da noch viel länger. Ja, aber ich hab' mich lang gelaufen. Ach man, du hast die Punkte und die Flatte hat. Ich verstehe. Du machst immer du viel schneller als du bist. Ich verstehe das immer noch nicht. Ich bin nicht schneller, ich bin was besser. Du haust vielleicht 5 Anker raus für jeden Tag, ich hau' 2 raus, da hast du schon 4 raus, siehst du. Okay, ich bin schneller. Ich geb's zu, ich geb's zu. Das ist total unwurig. Wir müssen irgendwie schaffen, den Kurven loszuspielen. Du kriegst mich noch mal Platz, klar. What the? Ich kann flocken. Geil, man kann flocken. Du kannst natürlich auch eine mega Angriff flocken. Nee, dann brauche ich mich los. Schöchstens Münster, das Ding auch noch. Ja, ja, ich hab dich nicht gewinnen lassen. Ja, du hast mich gewinnen lassen, definitiv. Ja, das hab ich eh gewinnen lassen. Das steht nicht irgendwie bei der Änderung zu nehmen? Ja, das versteht nicht. Das steht nicht drin. Das ist ein Xbox, das ist ein Spiel der Neuzeit. Da gibt es keine An... Das klauen ja auch noch was Mario-Dinger. Das ist ne Röhre. Ey, ich mein... Wo sind wir denn? Wir sind bei Digimon. Nicht bei Mario meets Pokémon meets... Ich... Es ist doch kein Digimon! Und... Es steht nur Steuungen drin. Und Garantie gespielt. Videospielgarantie, ja okay. Gut, dann drück mal weiter. Ich finde das schon lange raus. Es ist... Es ist sehr hinderwertig. Es ist... Guck mal. Ähm... Gut, dann kann man die ersten wieder rausgeben, meinst du? Ja. Okay. Es ist sehr hinderwertig. Ich kann mir auch nicht beitreten. Ich kann mir auch nicht beitreten. Du kannst anscheinend gar nichts. Guck mal wie vor. Das wollte ich nicht. Ähm... Bei Training? Können wir da machen? Also... Wir oder nicht. Was erwartest du... Was erwartest du von einem Training? Ja okay, stimmt. Ich muss wieder rausnehmen. Es ist sehr... Es ist hinderwertig. Es gibt also keine Variation, man zusammen spielen könnte. Aber... Warum stehen denn dafür eins bis zwei Spiele und dann separat Parcours? Dann... Dann lass mal erst mal Story weiterstehen. Vielleicht... Vielleicht passiert immer nichts. Dann gibt's wenigstens noch einen Digimon. Genau, dann durchspiele ich auch mal. Dann gibt's wenigstens noch einen Digimon. Dann gibt's wenigstens noch Digimon. Das ist sehr skurril. Das ist... Das ist... Das hat's... Das Spiel hat's jetzt schon verkackt. Das ging aber schnell bei dir. Das ist... Ohne Mist! Das sieht aus wie ein Alien aus Pokémon im Fluten. Ja das ist aber nun mal so aus der neuesten Staffel. Da können die... Das ist wie Pokémon. Die neueste Staffel ist die Scheiße. Äh... Werden die neuen Pokémon wirklich feiert. Also Schwarz und Weiß. Der hat für mich, finde ich, keinen Pokémon Geschmack. Die war... Oder diese ganzen Mega-Digi... Siehste Mega-Entwicklungen. Ist ja nicht irgendwie aus Digimon entflogen. Mega-Debilitation. Das Geil ist aber, wie du Digimon dafür hältst, dass du Pokémon wird. Und Pokémon hältst, weil es die Digimon wird. Ja! Es ist ja so! Wow! Jetzt kann ich hier rum springen. Wow! Ich kann Feuerwehr schießen. Ja! Das könnte man vorhin auch schon machen. Ich mute, du kannst hier neue Sachen frei spielen. Ach! Ja! Ey! Ja! Das... Das hätte ich nie gedacht. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mit A springen könnte. Das hätte ich auch fast nicht gedacht. Erstens. Duftanklücken. Da war es gerade. Du siehst, das hat auch nicht herausgekommen. Immer wieder neue Sachen. Und was schlecht geht, ist ein Gegner. Das habe ich nicht herausgefunden. Das ist ein Gegner, das heißt, wie man kämpft. Wow! What the shit! Das sind Schellen, wo wir mal in A. Ja! Mhm! Das ist ja... Schau dir mal die Fresse von denen an! Das sind sehr kränzige. Ja! So sehen sie aus! Wow! Wormit! Das ist ja sehr... Difficult! Werden die Gefühle sind. Ich denke, vielleicht einfach mal eiskalt, dass du nach dem... Tutorial zusammen spielen könntest. Ja! Schau dir mal an, da unten ist geliefert zu viel reißen. Ja, das wäre ja... Also rein theoretisch wäre dann mit Platz. Aber es gibt ja nur Coop 2. Online-Erfolg gibt es... Also online spielbar ist das Spiel nicht. Ja! Okay! Was ich finde sehr wunderwertig ist. Wow! Ich habe jetzt irgendwas... 100 Bits! Ja, 100 Bits! Wow! So, du wirst doch sterben! Ja! Durch dich! Ja, ich habe... Ich habe 30 Schaden im Kopf. Ja, du hast vergessen die 10 Bitte unten einzusammeln. Ja, dann Schlaghaus gehalten. Wo ist denn hier Bitteschöns? Ey, eigentlich müssen die da sein, weil du bist... Das sind keine... Ich habe... Das sind die 10 Bitsammel. Das sind die 10 Bitsammel. Das ist... 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 Das ist damals immer LP drunter. Das ist... Das ist... Das ist wie ein Schalter. Ja, benutzen doch einen Laufrand. Das ist... Also immer das ist... Wow! Innovativ! Das ist... Wie die Animation war ich denn? Das war sehr innovativ. Das sind nicht andere... Da kommt Gummermond. Das ist erst neben der Feuchtbunkke. Das sehe ich jetzt schon. Weißt du wie das ausschaut immer noch? Das ist nicht anders als mit dem Hurtfuhl. Nimmst du nicht böse? Ja, ich finde die Grafiker schon. Ich finde das... Heller. Heller. Ja. Aber mehr auch nicht. Wenn du die Xbox über ein SCAP Kabel ansließen würdest, würdest du genau die gleiche mal 2014 ist, oder? Ja. Muss ich auch mal speichern. Ja, mach mal. Ich drück doch X! Hehehehe. Ich speichere dann überschreiben. Telefonzei. Ja. Das ist doch aus Digimon 1. Dann haben die auch 34 getroffen. Getroffen? Also, ja. Die haben die getroffen. Soll ich es vorlesen? Hey! Seht mal wer da kommt! Ah, Gummond! Lachen Sie sich mal gesehen! Das einzig wahre Ding, man. Das ist doch gar... Gummond, man muss das da auch machen. Ja! Die kenn ich ja noch aus der Erststammel. Ich kenn auch die anderen, aber die sind für mich keine Digimon mehr. Gut, dann du bist auch, oder? Hey Gummond! Ich kann das nicht sprechen. Ich bin kein... Ich bin kein... Mach einfach! Mann! Hey Gummond! Nimmst du auch am Turnier-Time? Ja, aber eigentlich nur zum Spaß. Ich frage mich aber, was man wohl bekommt, wenn man gewinnt. Im Penis! Naja, es ist ein Turnier, bei dem man die erste Digimon gefunden werden soll. Oh! Sehr unbewusst. Ich hab vergessen... Du bist A-Gumond, ne? Ja, soll! Es ist also bestimmt etwas super Tolles, ein Mikrater! Oder einen dicken Penis! Nun, lass uns kämpfen! Oh mein Gott! Ich werde ganz kurz, bevor das passiert. Kurz rückwärts nochmal A, damit ich weiterleben kann. Okay. Gegen die Digimon kämpfen! Oh, möchtest du gegen... Ich möchte gegen die Digimon kämpfen. Möchtest du gegen die Digimon kämpfen? Kannst du vielleicht Digimon spielen? Achso, das... Äh, das glaube ich weniger, aber wir können es probieren. Oh! Ne, Computer, aber... Das ist ja... Gay! Dann mach dich mal Blatt, ne? Ich hab mich Blatt gemacht, das ist schon ein bisschen tot. Du bist... Das macht... Alter, das ist ein Antlo... Oh, geil! Mein Gott, ich trete... Wie ich einfach kein... Wie... Wie ich einfach kein... Das ist einfach nicht zu mich! Ich bin einfach Brawl gewohnt! Ich bin... Ich hab... Kannst nicht... So, 3D kämpfen? So, jetzt mach's Blatt! Oh, wie alles läuft! Das war ne schöne Kompon! Du kannst digitieren, ich glaube nicht! Ich will ja nicht digitieren, aber... Ich kann doch nicht digitieren! Ich kann doch nicht digitieren! Ich kann doch nicht digitieren! Das hat aber... Ich kann doch nicht! Ich kann doch nicht! Ich kann doch nicht! Alter... Guck mal wie der abhaut! Wer weiß, dass er doch keine Chance hat gegen Wargrain, Mann! Das sind... Ja, nur Tornado... Oder... Ich würde sagen... Mega-Nembrato! Sehr schön! Das ist erster! Ja, das war mir jetzt schon sehr klar! Was? Oh nein! Also jetzt sind wir immer böse! Ich muss halt wieder so was sein, was ich immer ausschalten werde, wenn wir gegeneinander spielen! Ja, das kann durchaus sein! Das... Das wusste ich schon vorher! Als ich Items erstmal gesehen habe, wusste ich, dass du sie ausfalten willst! Das ist schon wieder sehr... Was kann... Ich hab mich grad teleportiert! Ja, das hab ich auch noch gesehen! Was ist das?! Das ist... Mega-Digital von Gommamon! Das ist nicht die Mega-Digitation von Gommamon! Das ist nicht die Mega-Digitation! Wie bei Gommamon keine Mega-Digitation hatte! Was ist das?! Das ist für mich da kein Digimon mehr! Das ist... Boah... Du hast aber wirklich ganz schön Platz gemacht, ne? Der war grad Mega! Ja, und? Das ist keine Ausrede! Das ist eine Ausrede! Guck mal wie er kämpft, bevor ich wieder da stehe und angreifen kann! Der Link ist Essen! Woher ist Essen? Er hat mich klappt, okay! Uiuiui! Das war ein Wasserschön jetzt! So! Genau! Vielleicht zieht ihr Fücher hinterher, aber eigentlich soll es klappen! Was?! Ich bin einfach nicht... Es ist Problem! Du kannst einfach zwischen den Angriffen nicht mal angreifen! Soll ich mal probieren? Du kannst den nächsten kannst machen! Ah, ok, sehr schön! Sollst du jetzt den noch verlieren? Ich werde nicht verlieren! Ich hab wirklich digitiert! Ja, ich seh's! Irgendwie... Egal! Du schaffst es auch so! Du bist 5.000 vorne! Oh Gott, jetzt! Dann machen wir eben so was! Komm, ich bin nicht spinn! Ich heiße sie nun! Ich kann... Ich kann Raketen schießen! Ich kann nur mit Jams gewinnen! Ich kann nur mit Jams gewinnen! Stellenbei nicht! Die Rakete fliegt nicht mehr los! Ob doch, da kommt's an! Zu langsam, die Fliege muss ordentlich schaden machen! Wahrscheinlich musst du einfach nur hinhalten! Los! Flieg rein, du Mutter! Wow, 600! Tja! Ja! Tja! Tja! Jetzt muss ich sagen... Jetzt muss ich sagen... Jetzt muss ich sagen... Jetzt muss ich sagen... Da ist noch ein Item Mulgen! Was ist das? Wenn du... Ja, jetzt stinkst du! Jetzt hab ich heute auch! Keine Ahnung! Nein, er ist... Oh, Katz! Alter, wie mies! Das ist... Eis... ...kalt zum Memo digitieren lassen! Die Teams sind sehr gay, muss ich sagen! Die sind ziemlich overpowered! Die sind ziemlich gay! Die sind minderwertig! Overpowered! Sag ich doch! Ich will den Uppercut entgeben! Nein! Oh! Ich dachte, da ist mehr Spannung! Der hat Biesch mehr! Der schmack alles kaputt! Das ist der erste Klamm! Das ist der erste Klamm! Das war jetzt... Wow! Ich hab 200 Bicahe! Also ich davon noch kaufen kann! Ja! Das ist wahrscheinlich erst mit 100.000 Lieder oder so! Ja, muss ich vermuten, dass du mit Digimon Kappen kaufen kannst! Ja, muss ich auch! Gut, jetzt... Okay! Wow! Okay! Ey! Ich bin dran! Du musst doch mal fragen! Ja! Ich habe gewonnen! Oh Mist! Ich hab verloren! Ja! Viel Glück noch bei weiteren Campen! Das zeigt schon, wer eine größere Primus hat! Ja! Eindeutig! We got bigger Peans! So wahr! Dragomon got bigger Peans! Oh yeah! Das ist wahrscheinlich nächstes Level! Ja! Yay! Level Nummer 1 geschafft! Tutorial ist fertig! Kapitel 1 abgeschlossen! Zwischen 10 Gold für sich... 10 Gamerscore! Nicht Gold! Gamerscore halt! Ja! 10G! Du kannst immer noch nicht beitreten! Ich kann immer nicht beitreten, ja! Stimmt! Was ist das? Immer drauf! Immer drauf! Das sind sieben Campen also! Ja! Okay! Das muss man fragen! Das ist einfach das! 1 für 8 gewaltig verteidigung! Cool! Das ist post-tracking! Du konntet damals auch nicht beitreten!